Der Prolog von Orit vom 31. Oktober Gedenken Die heiligen Apostel Stachis, Amplias, Urbanus, Narcesus, Apeles und Aristobulus aus den 70. Stachis war ein Mitarbeiter des heiligen Andreas des Erstberufenen. Der heilige Andreas ernannte ihn zum Bischof von Byzantium. Er gründete die Kirche in Archeropolis und leitete seine Herde zuverlässig und eifrig. Nach 16 Jahren als Bischof entschlief er in Frieden im Herrn. Amplias und Urbanus arbeiteten ebenfalls mit dem heiligen Andreas zusammen und sie wurden von ihm zu Bischöfen geweiht. Amplias in Lüder von Odysopolis in Judäa und Urban in Makedonien. Beide erlitten einen Märtyrer-Tod für Christus, den Herrn. Narcesus wurde vom Apostel Philippus zum Bischof von Athen ernannt. Der heilige Apeles war Bischof von Heraklia in Trachis. Aristobulus, der Bruder des Apostels Barnabas, verkündete den christlichen Glauben in Britannien und entschlief dort in Frieden. Der heilige Märtyrer Ebimachos wurde in Ägypten geboren und mühte sich dort in Askese. Er beendete sein irdisches Leben als Märtyrer. Er ahmte den heiligen Johannes den Täufer nach und zog sich bereits in jugendlichem Alter in die Wüste zurück. Wegen seiner großen Liebe zu Gott führte ihn der Geist Gottes in jede Wahrheit und ohne einen anderen Lehrer lehrte sie ihn, wie man ein asketisches Leben führt. Dann erfuhr Ebimachos, dass Ungläubige Christen um Christi willen in Alexandria folterten und töteten. Ganz entflammt vom Eifer für den Glauben ging er in die Stadt und zerschlug die Götzen. Als ihn deshalb die Heiden folterten, rief er, schlagt mich, bespuckt mich, setzt mir eine Dornenkrone auf den Kopf, gebt mir einen Stock in die Hand, gebt mir Galle zu trinken, schlagt mich an ein Kreuz und stoßt einen Speer in mich. Das hat mein Herr erduldet und ich will es auch erdulden. In der Menschenmenge, die die Tortur des heiligen Ebimachos mit ansah, gab es eine Frau, die auf einem Auge blind war. Sie weinte bitter, als sie die erbarmungslose Folterung dieses Gottgefälligen sah. Als die Folterer den Leib des heiligen Märtyrers Christi zerschabten, strömte Blut aus den Wunden und ein Tropfen fiel auf das Auge jener Frau. Plötzlich erhielt das Auge sein Sehvermögen zurück und war gesund wie das andere. Da rief sie, groß ist der Gott, an den dieser Leidensdulder glaubt. Danach enthaupteten sie den heiligen Ebimachos und seine Seele nahm ihre Wohnstadt in der ewigen Freude ein. Dies geschah ungefähr im Jahre 250. Der heilige Märtyrer Nikolaus von Chios war ein frommer junger Mann und großer Eiferer für Christus. Er war im Dorf Karies auf der Insel Chios geboren worden, wo er von den Türken gefoltert und im Jahre 1754 enthauptet wurde und er übergab Gott seine gerechte Seele. Die gottgeweihten Spiridon und Nikodimus waren Mönche und Prosphorenbäcker im Kiewer Höhlenkloster. Obgleich der heilige Spiridon ein Analphabet war, kannte er den ganzen Psalter auswendig und wirkte während seines Lebens viele Wunder. Er entschlief in Frieden im Jahre 1148. Lobeshymne Der heilige Märtyrer Ebimachos Ebimachos, der heilige Gottes, empfand keine Furcht in seinem Herzen. Weder vor Menschen noch vor Teufeln und noch weniger vor toten Götzen. Ebimachos war voller Freude in seinen Matern, mit seinem Lächeln peitschte er den Richter. Sein Leib in Qualen, sein Geist im Himmel, so wurde Ebimachos mit Wunden geschmückt. Er wollte leiden wie Christus, um als Märtyrer vor Christus zu stehen. Und was er wünschte, gewährte ihm Gott und stattete ihn mit wundersamer Kraft aus, um die Krankheiten des Volkes zu heilen und die Menschen mit Gnade zu erfreuen. Ein Ritter Christi mit dem Zeichen des Kreuzes, ein kostbarer Stein unter kostbaren Steinen. So leuchtet der Ebimachos wie ein Stern, eine Seele, wie nur Christus sie großziehen kann. Euer Pimachos, wunderbarer Märtyrer und ruhmreicher Gefangener des wahren Glaubens. Verteidige uns vor dem Bösen durch deine Gebete und schütze die Kirche Gottes bis zum Ende. Betrachtung Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Matthäus 10, Vers 38, sagt der Herr. Der gottgeweihte Märtyrer Timotheus von Esfirmenu, Gedenken am 29. Oktober, war zuerst ein verheirateter Mann mit zwei Töchtern. Später als Mönch entschied er sich, für Christus zu leiden, und schon auf den Pfad des Leidens vorbereitet, bat er um den Segen seines Abtes, damit er in sein Dorf Kessanat zurückkehren konnte, um seine Töchter zu sehen und Abschied von ihnen zu nehmen. Der Abte erlaubte ihm das nicht, denn er fürchtete, dass Timotheus durch die Begegnung mit seinen Töchtern erweicht werde und er dann vom Martyrium für den Glauben ablassen könnte. Doch Timotheus' Dorf lag auf dem Weg nach Propontis, seinem Ziel. Als er an seinem Dorf vorbeikam, begegnete er einem seiner Nachbarn und erhielt sich mit ihm und bat ihn, seinen Töchtern Grüße von ihm zu übermitteln. Der Nachbar drängte ihn zurückzugehen, seine Töchter zu sehen und ein wenig zu ruhen, doch vergeblich. Timotheus nahm Abschied und ihn wich rasch, um seinen Weg fortzusetzen. Seine Töchter, die von dem Nachbarn die Neuigkeit über ihren Vater erfuhren, eilten ihm nach, und nun ergab sich ein außergewöhnliches Bild. Die Töchter eilten, um ihren Vater einzuholen und zu umarmen, und der Vater floh vor seinen Töchtern, um nicht gegen das Gebot des Abtes zu sündigen. Die Töchter liefen schnell, doch er war noch schneller. Die Töchter rannten, so schnell sie konnten, um ihren Vater zu umarmen, und Timotheus rannte auf der Flucht vor ihnen, um den Tod zu umarmen. Die Töchter wurden erschöpft und kehrten verzweifelt um, und der Vater entwich. Kurz vor seinem Tod bat Timotheus Germanos, seinen geistlichen Vater, ins Dorf zurückzukehren und seinen Töchtern vom Tod ihres Vaters durch das Martyrium zu berichten. Germanos führte diesen Wunsch aus. Die Türken enthaupteten Timotheus und warfen seinen Körper in einen Fluss, und Germanos gelang es nur, eines der Gewänder des Märtyrers zu retten, das er nach Kessana mitnahm. Er fand die Töchter des Timotheus und berichtete ihnen von dem heldenhaften Tod ihres Vaters, wobei er ihnen sein Gewand zeigte. Zum Nachdenken Lasst uns darüber nachdenken, wie die Apostel auf wundersame Weise durch den Heiligen Geist geleitet wurden. Apostelgeschichte 16 Wie Paulus und Silas von Mysien nach Bithynien ziehen wollten, wie der Heilige Geist dies nicht zuließ, wie in einer nächtlichen Vision ein Mazedonier Paulus bat, in sein Land zu kommen. Homilie Über die Gewissheit des Gerechten, dass er nicht sterben wird. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkünden. Psalm 117, Vers 17 Wer kann sagen, ich werde nicht sterben? Wer mit dem lebendigen Herrn verbunden ist? Wer kann mit Gewissheit behaupten, sondern ich werde leben? Wer den lebendigen Herrn vor sich sieht? Ennoch und Elias starben nicht, sondern wurden ins unsterbliche Leben hinübergenommen. Christus, der Herr, starb und erstand von Neuem in seiner Macht und den Menschen als sein Beweis für die Auferstehung der Toten. Die Apostel und Heiligen starben, doch viele von ihnen erschienen in ihrer Liebe zu den Menschen von der anderen Welt aus als sein Beweis des ewigen Lebens. Somit leben sowohl jene, die hinaufgenommen wurden, als auch diejenigen, welche starben, im unsterblichen Königreich. Ich werde nicht sterben, sondern leben, sagte König David mit großer Gewissheit, obgleich er auf der Erde vor der Auferstehung des Herrn und der Verkündigung der allgemeinen Auferstehung der Gerechten gelebt hat. Jeder von uns Christen muss mit noch größerer Gewissheit sagen, ich werde nicht sterben, sondern leben, weil der auferstandene Herr die Grundlage unseres Glaubens ist und unsere Augen mehr gesehen und unsere Ohren mehr, viel mehr gehört haben als die Augen und Ohren von König David. Nach dem Kreuz Christi ist der Teufel wie Rauch geworden und nach seiner Auferstehung wurde der Tod wie ein Nebel, durch den man hinübergeht in die sonnendurchfluteten Felder der Unsterblichkeit. Selig sind jene, meine Brüder, die würdig sind, zu leben und die Werke des Herrn zu erzählen. O Herr des Lebens, erleuchte und rette uns. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amin.